Jetzt werden wir zu unseren Gesäßmuskeln gehen. Die Muskeln, die oft bei Menschen, die stehen, Athleten und sicherlich Menschen, die viel Zeit am Computer sitzen, verspannt sind. Also nehmen Sie einen großen, erwärmten Akkuball und legen Sie ihn unter Ihre Gesäßmuskeln, also unter Ihr Gesäß. Sobald er da unten ist, lassen Sie ein Bein, auf welcher Seite es sich auch befindet, zur Seite fallen. Ihre Beinmuskeln werden sich entspannen. Lassen Sie das Bein runterkommen und bewegen Sie jetzt Ihren Körper auf den Akkuball nach oben oder nach unten, genau wie das Drehen eines Einstellknopfes, um die genaue Stelle der Verspannung zu finden. Es wird oft druckempfindlicher sein bei Personen, die dort eine Verspannung haben. Denken Sie daran, durchzuatmen und sich vollständig zu entspannen. Ich empfehle, dass Athleten das tun, bevor sie laufen, joggen, Hockey, Tennis oder Golf spielen, um die Verspannung zu lösen, so dass sich Funktion, Kraft und Flexibilität der Muskeln verbessern.